hallo meine lieben willkommen zurück zu einer neuen folge ttt travel in terrorist town mit den paar verrückten unter anderem endlich mal einer weiteren frau der schirra schuh hallo dem chef atterboom ja ich töte vielleicht obwohl er nicht dabei ist der heiler der hoffentlich heilt wer ist noch dabei der spont der tobe rex chris gold und der naja 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 der mann die könnte heute sterben das will ich sowieso und damit ist die runde eröffnet viel spaß ich bin das ist mir egal das finde ich auch eklig so wie warum bist du verwundet weil ich dann massiert so ich habe mich geschossen du hast wohl geschossen ich habe nicht geschossen und die leute immer das heißt trotzdem nicht dass ich geschossen habe wo er hört weil ich hier runtergefallen werden ok hier das ist die die leiter ist echt ein bisschen doof wenn wir die leute des todes ja ich habe es auch geschafft schwer schwere sache gefährlich auch ich habe auch eine mega doofe waffe so nehmen wir gleich mal hier was vernünftiges papierflieger da ich immer gestorben chris wieso wirst du verbundet weil ich runtergeflogen bin wo denn die ganzen auf dem bett ich habe mich da runtergeflogen er hat 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 er die gleiche ist sie tot ich habe mich über kurz Alter, warst du einfach so in die Ecke geklatscht, mann. Alter, wie geil. Ernsthaft? Das ist ja gestorben. Hallo, Shira. Martin! Ist hier noch ein Martin? Nein, der ist es. Was denn? Nein, ich bin's nicht. Ohne Scheiß, wie kannst du sowas behaupten? Martin, du bist auf jeden Fall unschuldig. Ich bin immer unschuldig. Mann, mal U-N-S-C-H-L-I-D-I-K. So oder so ähnlich. Alter, wir gucken uns hier mal einfach die Map an, wenn wir schon fliegen könnten. Nein. Ah, da unten sind also zwei. Da ist der andere. Hm. Er schwert von euch Trader. Oh, ne, nicht die Linke. Hm. Hallo, Bledek. Bin eben auch der Meinung, Shira ist suspens. Ich? Warum? Du hast gerade eben nicht untersucht. Ich hab mich nicht getraut, weil Atta boom so daneben bestand. Achso, ja, das ist wahrscheinlich. Weil Atta ist ja auch immer so gefährlich, ne? Ja. Mal gucken. Autsch. Also das ist jetzt halt natürlich eindeutig, also entweder Shira oder der Heiler. Hm. Oder du. Nee, ich bin safe. Ich hab ja gerade eben vorhin Alika, ne? Und die war ja später. Achso. Shira, Tapptaste! Ich war Dete! Echt gesagt, ich hätte etwas gegen geschossen. Soll ich die nochmal für Bleddick ganz fix wiederholen? Was? Die Einleitung. Ach Quatsch. Hilfe. Hör doch, ihr habt es voll, dass Bleddick da ist. Also ich fand es ganz lustig vor allem. Danke schön. Hallo Bleddick! Hallo Bleddick! Wer schmeckt die Discos? War doch nach Preparing, ist doch alles schnieke. Ja, aber ich brauch ne Weapon. Oh, ne M16. Oh yeah, ne Weapon. Gleich mal auf den Sniper-Spot gehen, ne? Oh ja, klar. Mati, hau ab. Lass mir in Ruhe, lass mir in Ruhe, du. Oh, Mutti Katze! Oh ne, ist nicht wahr. Hatte ich hier auf die Bücher, ich glaub. Atta, warum schießt du? Ich glaub das geht nicht. Atta hat geschossen. Weil Chris auf mich geschossen hat. Na gut, das stimmt sogar, das hab ich gesehen. Aber ich guck mal runter. Wenn ich jetzt sterbe, ist es Atta. Lass mich nicht machen. Das ist ein Freipass für'n Traitor, wer dich sieht. Atta ist es. Ja, ich bin sowieso schon fast tot, weil ich doof war. Chris, warum schießt du auf mich? Gibt's doch gar nicht. Voll krank, Alter. Vierer ist es. Du kriegst wahrscheinlich das Zimmer frei. Hi, Heiler. Also Chris war Inno. Warum kämpfst du hier oben? Hast du eben gerade, wo du Traitor was auch schon gemacht hast? Nein, das war der Heiler. Freundchen, geh weg. Wer hat da geschossen? Irgendwo von da drin wird geschossen. Du bist Traitor und ich bin Traitor, okay? Da geht einer irgendwo hoch. Ich schmeiß dich gleich runter hier, wenn du nicht gleich weggehst. Indokstent. Du willst ja nur campen, mein Freund. Gut, ich spring ja gleich freiwillig. Das will ich sehen. Na komm. So, ich hab den Deter mal zu Chris geschickt. Also Sponti, wir halten uns gemeinsam die Hand und springen runter, okay? Du zuerst. Oh, ich dachte schon, ich sterbe jetzt. Werde? Ich bin von der Leiter gefallen. Ja, ich bin unterwegs. Sauber. Weil ich hab mich auch sehr gekillt. Weil er auf mich geschossen hat und hab mich so gewährt. Tobirix, warum bist du nahe des Todes? Naja, hallo, wenn da überall rumgeschossen wird. Selbst Atta ist nahe des Todes, Mann. Außerdem war ich schon am Anfang. Nein, Atta ist nur... Nein, Atta ist nur... Ich bewache dich. Nicht die... Na toll. Die Leiter sind nicht ganz so ausgereift, ey. Ja, die Leiter, ne? Wie gesagt, ich bin ja auch schon zweimal da runtergefallen. Kann ich irgendwie rennen eigentlich? Gibt's da einen Button? Kira, es wird dächtig ruhig. Hat er da nichts vorbeigelaufen? Ich kommst nicht mit mir. Hier, das war doch Sch... Das hier da. Hatta oder...? Irgendeiner von euch ist das doch. Hatta oder Sponti, würde ich sagen. Ich hab bisher doch gar nicht geschossen. Nein. Ich bin ehrlich, ich hab ja den Detail, der hat so das Schleiche geholt. Du Sau, ich wusste es, Atta. Ich wusste es. Wir waren alle drei bei dir. Boah, Alika schützt ein Deal-Kin und ein Defi im Gepäck. Das hat keinen gejuckt. Das geilste ist ja, Alika schützt mich. Ja, hab ich gesehen, dass Chris geschossen hat. Er hat mich einen Schuss abgegeben. Das sah aber so aus. Also ich hab ne lustige Szene mit Maddin drauf, möchte ich mal erzählen, ja. Ja, das ist noch sehr lustig. Atta, du kannst gern mal bei mir gucken. Ich hab wirklich geschossen. Nein, das sah wirklich so aus, dass wenn der Schuss von unten kam. Der erste. Komm, Sponti, ich hab ja echt nicht gedacht, dass es zu scheitern war. Egal, du musst dich nicht vor Ort rechtfertigen. Ich hab's eigentlich schon gedacht, aber... Aber eigentlich auch nicht, ne? Das ist ja... Ich wollte es einfach nicht wahrhaben, weißt du? 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 Oh ja, Alika, du bist dran. Oh ja, Alika, du bist dran. Du bist so von dran. Was? Was denn das? Ine, ine, Mistel? Ich fingern nicht dich. Alika, wo bist du? Sponti! Alter, wie machst du das? Das sah ja cool aus. Sponti, wir gehen wieder gemeinsam campen. Batman, Batman. Da, 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 da. Badboy, badboy. What should you gonna do? Jaaaaaaaaaaaah. Ne, Badboy EP ist nicht dabei. Back the mode. Back the mode. Was ist mit dem eigentlich? um er macht Alika hier wird doch schon irgendwas Hallo? Leute, ich glaub der DT ist einfach mal runtergeflogen aber noch Alter hat grad auf mich geschossen Nein, ich hab auf den Podest geschossen wo du drauf standest ne auf das Podest ja genau, siehst du auf mich hier Prinzipiell hast du auf mich geschossen Gladick, kill mich jetzt Wäre jetzt so einfach Wer ruft meinen Namen? Ich bin doch nicht mal von irgendwem in der Nähe Doch, warst du bei mir Aber du lebst noch Du siehst traurig aus, deine Kulleraugen schauen gerade aus Was? Ich bin dir aber nur der scheiß Striker oder der Schott hier auf deinem Map Auf mich wurde geschossen Nein, ich bin schon wieder Ich bin verdächtig Ira ist verdächtig, ne oder? Ne, ich bin überhaupt Wieso, was hatste? Lass töten Gladick Ja, auf mich wurde geschossen, ey! Und von da, von Madin Was? Und Madin ist an einer Leiche vorbeigegangen und hat sie nicht identifiziert Wo ist die Leiche? Ira zielt doch nicht Also Madin oder was? Da Link von dem Findet Nemo Früher von Doryo hör mal die heißt Da kann man ja so reingucken Ja, da, da Da ist Madin Alter, wieso schießt du auf mich? Weil du von die ganze Zeit da warst, du hast niemanden identifiziert Ich hab den nicht gesehen, und wieso schießt du auf mich? Wollen wir wetten, dass ich dir was kann? Den kümmerlich Ja, los! Nein Wieso schießt du auf mich heiler? Alter, was? Du warst die ganze Zeit bei der Leiche, hast du nicht identifiziert und von der Ausflugung oben auf der Läde geschossen Ich hab den nicht gesehen, man! Du schießt doch eh nur auf den Boden Nein! Na toll, dann schießt du einfach mal an die Decke Ich geh mal die Leiche, die ohne Schuss gestorben ist, identifizieren, ja? Die Leiche ohne Schuss? Haben sie gemessen? Man, das war ein Traitor Ich kann Mike nicht identifizieren Der ist zwischen Wand und Schrank gefallen Ich komm da nicht dran So, der Date ist down Hast du das gemacht? Ne, ich hab ihn grad nur gesehen Ich bin grad dran vorbeigelaufen Ich komm nicht an den Heiler dran Ich kann ihn nicht identifizieren Ich habe von Dete jetzt die Silence AWP mit zwei Schuss aufgehoben Ey, warum ist der denn trotzdem confirmed? Achso, weil sein Mörder umgelegt wurde Haaaah Identifiziert wurde, besser gesagt Also, zwei Traitor sind ja schon down, das heißt einer ist noch da, ne? Und ich glaube das ist Schierer Warum soll ich's jetzt sein? Du bist so ruhig, verdächtig ruhig Äh, Schierer hat vorhin auch auf mich geschossen, vermutlich Nein Also eins muss ich sagen, ich schwöre Ich bin nicht Traitor Mit deinem Schwur kannst du hier nichts reißen Okay Aber Atta Weiß nicht, ob Atta das ist Also Ich hab Schierer im Blick Ich hab dich im Blick Ich auch, ich hab euch alle im Blick Ich hab dich auch im Blick, Atta Du kannst ja laufen wie du willst Ja Ja, du Ich hab' keine Position Aber durchgehend Kein Problem Ich bin in das Wo ist denn Schierer ist runtergefallen Okay, gut Atta ist es Nein Nein, sie ist nicht tot Sie läuft auch hier vor mir noch Hallo Schierer Links rum Ja Du bist ja sehr vertrauens Du bist wieder in dein Zimmer Richtig Alles rosa Aber Bleddick läuft doch hier auch noch rum, genau Ja Ja, und ich hab' ja safe Habt ihr nicht immer gesagt, Bleddick ist es auf jeden Fall? Nein Nein Vielleicht Ich bin auf jeden Fall immer Inno Geh weg Bleddick Lass mich durch Ich hab' zu 90% habe ich einen Inno-Pass Weil Bleddick hätt's schon längst losgelegt Meistens Und Schierer Wenn Schierer Traitor ist, sie sieht nichts, also wird sie auch nicht kämpfen können Na super Wie soll ich dich für deine Leiter lösen Schierer? Wir können über alles reden, also munitionstechnisch Mhm Genau, macht mal einen fairen Kampf Ohne Muni Ja Crowbar Fight Nehmt doch einfach hier Eure, eure Brecheisen Vorsicht, Atta, ich lauf hinter dir Nicht, dass du dich erschreckst Und wieder einfach den Traitor umlegst Es ist geil, eine AWP durch dir gegen zu laufen Es macht Spaß Du Sau Hallo Schierer Soll ich dich erlösen? Ich bin dafür, dass wir drei euch jetzt einfach mal gegenseitig erlösen Soll ich dich erlösen? Also ich würde sagen Atta, du schießt jetzt auf Schierer Und bleibst einfach so stehen, wie du jetzt stehst Gut Genau, Erik, du bleibst auch einfach so stehen Mexican Stand Off Und wer von euch noch steht Und die Runde ist noch nicht vorbei Ich werde jetzt mal moody sein Und den Random versuchen Ja toll Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja toll, ich weiß schon noch nicht Wie viel Zeit haben wir denn noch? Äh, Hestnot Deswegen mach ich es jetzt einfach Ich wusste es Ich wusste es, dass du auf mich schießt Wenn du tot bist, darfst du nicht reden Ich war noch nicht tot Doch Außerdem habe ich gesagt, ich wusste es auf mich schießt Oh, Mann Tja Warum eigentlich immer ich? Ja, das verzeihe ich, dass ich Atta noch umlegen muss Also Shira steht ganz weit oben auf meiner Blacklist Dann wäre Shira schon lange zehnmal gestorben Atta? Ja, bitte? Wir müssen diese Map öfter spielen, weil hier habe ich einen Traitor pass Willst du damit sagen, dass du jetzt gerade in diesem Moment auch Traitor bist? Äh, ich bin jetzt gerade in diesem Moment, ist er Preparing Ja, Pre-Traitor Pre-Traitor bin ich Er muss sich immer so lange vorbereiten, wie eine Frau im Badezimmer Sooo Traitor Enotas Alika, 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 Alika 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 hat eine LP im Namen Sie ist, äh, Suspekt Ja, Sponty hat auch eine LP im Namen Hallo, Sponty, ich habe Enotas schon vergessen Genau Ich fühl mich bei Atta am sichersten Wieso das? Wollte ich auch gerade fragen Martin Hallo Also, ich kündige gleich schon mal einen Random Kill an Ich muss aber noch nur bei seiner finden Nur weil sein Name Was schießt du, Martin? Hier liegt doch viel Ich habe noch nie mal geschossen und sie sagt, was schießt du, Martin Du hast geschossen und deine Waffe weggeworfen Hallo, Martin Oh, Acha Ach, Acha, hey Schön, die dich hier um zu sehen Wart mal kurz Ah Das sieht so geil aus Bobi Ja Ich gebe mal ein Screenshot Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, Vorsicht Hallo Hey, du Der Heiler, wie geht's Hallo Du liet euch Anweisung von mir, Dete Nein Okay Der Verlierer wird wiederbelebt Und da kommt gerade ein Tobirix raus und identifiziert keinen Martin hat den Heiler abgeschossen Chris Ich habe gesagt, Martin schießt heiler ab Ich habe nicht gesagt, wenn ich sehe ich schnall dich ab Okay Okay Oh Gott, hier ist Martin Geh weg Der schießt heiler ab Er ist Filter Ja, aber er hat die bessere Waffe als ich Ja, und? Du hast besser gehört Ich habe alles keine Latte vorbei Ich habe alles keine Latte vorbei Ich glaube, ich misch mich da jetzt mal ein bei euch Hey Alter, da geht das aber ab Wenn jemand Chinas Schuss Leiche sieht, bitte mal callen Hey, hier ist nur der Hey, hey, was ist da mit dem Tobi Rickst, du bist Traitor Ja, genau, deswegen lebst du auch noch Ja, wieso sehe ich über deinem Kopf ein rotes Tee? Alter Siehst du? Nein Ich habe doch noch... Leute, Leute, ich habe doch noch Chris gerufen, bevor ich gestorben bin Hab ich nicht gehört Die anderen haben so viel gequatscht Ähm, eine andere Sache Ich lande safe im Regal und sterbe automatisch instant Ja, weil er dich mit der Silent abgeknallt hat Ah Chris Jau Ähm Er hat mich von der Treppe weggeschossen, die Sau Martin, warst du es denn? Nein, ich war eh noch Oh, und der Tobi rennt mir direkt in eine AWP rein, ey Weißt du hast gesagt, duelliert euch und das war für mich, ne? Trader, äh, Dete hat gesagt, duelliert euch Ihr hört das nie auf mich, ob ich schon rede oder nicht rede Das ist euch dann normalerweise immer egal Verdammt, ich hör auf dich, Mann Seit wann? Bring vom Hochhaus, führ den Dete Wollte ich auch gerade sagen Und ihr wollt nicht mehr überleben, Atta Bist du heiler Ja Wollt, heiler Komm her Hallo 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 Hör mal Hallo 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 Ich glaub ich rech' mich, Mann, Martin Ey, das wär RAN Das wär RAN mit meinem Freund Das solltest du auf ihn Nicht, Alter Ich bin den, ich darf das Nein, du darfst das nicht Du hast doch schon wieder gesch... Ne, hier Hier, Alika hat geschossen Hallo, warum schießt ihr auf mich? Warum schießt ihr auf mich? Bei denen hat er eine AWP gehabt. Habt ihr es so angehört, als er auf mich geschossen wird? Alter, Alter, was? Hier, von oben, von oben. Shira kommt runter. Hatta, wenn du innocent bist, ne? Ja. Oben. Und da oben schießt er, da oben schießt er. Aber du schießt ihn jetzt ab, ist das schlimm? Nein, nein. Wieso willst du mich abschießen? Wechsel mal die Waffe. Die ist echt schlecht. Ja, ja, toll. Wow. Hab ich mich erschrocken. Achtung, da unten wurde irgendwo rumgeballert. Wo nein? Ne, hier unten in diesem Häuschen. Ne, was auch immer. Schrank, was auch immer. Und Shira war hier eben oben gewesen. Einfach runtergesprungen. Oh, Mann. Ah, war Inno und hat Shira gekillt. Shitwaffen hier. Okay. Wer lebt denn noch? Ich. Oh. Sonst noch wer? Ich. Also du oder? Ich bin von oben geschossen. Mit ner Shotgun. Okay. ist chrome. Ich bin von oben geschossen. Ich bin von oben. Ich bin von oben. Puh. Dann wiederastos kurz. Oh. Wie viele, der Federung seventeen character hat sich pro Mal seit submissions gemacht hat? aber ganz ehrlich das war ja mal eine geile gruppe wir drei wo ja gar nicht ausstehen können ich hab nicht mal gewusst dass du mit mir traiter bist ist gar nicht aufgefallen meine kabel können die euch gar nicht ausstehen kannst du das blattiglich ausstehen ist das nicht der ist aber ganz böse zu dir deswegen ja das doch was gutes zu sein wenn ihr alle macht abdrückt könnt ihr auch was ganz tolles sehen und hier ist wieder oben also mal und kassel hat minus fünf und die aber vielleicht kommt bei das hallo toby ich bin ja platz zwei ist das gut warte ich bin ich werde beraten shirashu bledig und alika ich bin ich glaube sie sind rot ich kris geht heute diese runde richtig grün chris ist richtig heftig vor allem bei seinen freunden chris was da los warum schön noch ein kilo salz in die wunde kippen alter random killer warum ist der schilder verletzt weil ich runtergefallen bin ja wer hat ihn wo mit einer gestorben hier kris 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 rund und sponty so und sponty stop bleibt noch einer und ja im gross ich hab den anderen traiter umgelegt könntest du mich heilen Äh, wie kann ich das? Äh, unter C ein Medikit kaufen. Äh, ich denke mal, das ist das mit dem Herz, ne? Ne, das ist die Fie. Ach, da. Ich glaube, Spondy liegt immer noch in dem grünen Nebel. Nur so am Rande. Man muss mich anvisieren und mit, äh, links klicken. Der Heiler, der kommt gleich oben wieder raus. Warte mal, jetzt muss ich das erstmal auswählen. Äh, ja. Ach, da ist es doch. Da ist der Heiler. Heiler, ich seh dich. War's das? Ne, links klick. Äh, ne, rechts klick. Äh, doch, links klick. Versuch mal auf, Heiler, versuch mal den Ventilator anzumachen. Mit E. Mit E. Versuch's mal. Geht nicht? Geht nicht? Jetzt, ne? Ja. Gut, du bist jetzt wieder Heiler? Naja, noch nicht ganz, aber du musst noch aufladen. Okay. Spondy liegt da unten. Ja. Ja, Shira's Schuh liegt auch da unten. So, jetzt noch einmal drücken und dann soll ich dürftig wieder voll sein. Also ich sag jetzt mal, wenn ihr zwei da unten seid. Kein Ding. Es ist der Heiler, wetten. Pass auf, der ist da unten. Also Bleddick ist schon mal safe. Der Heiler ist es, er hat eine Aave. Ja, ich hab ja auch einen Traitor umgelegt. Leute, der Heiler ist es, er hat eine Aave gerade gehabt. Er hat eine Aave, gerade gehabt. Er hat eine Aave 15. Ja, ja. Also ich hab das von hier oben ein bisschen anders da gesehen. Aave. Äh, fuck. Alter, Bleddick, guck mal nach oben, guck mal nach oben in die rechte Ecke. Hi. Hi. Wie hast du dich denn da hin positioniert? Ähm, tricky. Richtig tricky. Über den Türstock, dann musst du außen rumrennen. Ach, du Schande. Das ist ja krank. Das ist richtig, Craig. Springen wir mal runter in die Bettdecke. Und ich sterbe ihn, natürlich. So rührt sich das. Letzte Runde. Letzte Runde. Double Barrel. Ich hab gehört, ich werde nochmal Traitor jetzt, ne? Nee, glaub ich nicht. Vergiss, Martin. Das war's. Zu oft. Obwohl, ich glaub, Martin hat recht. Er steht. Ich hasse die Schrank hier. Macht ja nix. Oh yeah, ich bin Dete. Oh, ich bin schon wieder Dete. Schon wieder Dete. Immer diese Ausdrücke. Kannst du mich mal, äh, wieso? Ach nee, das war in der Preparing-Zeit. Cool. Ich möchte immer, ich möchte immer in der Preparing-Zeit Schaden nehmen. Nein, willst du nicht. Aber nur da. Ira läuft schon wieder so verdächtig. Ja, Ira läuft immer verdächtig. Ich laufe nur. Wirklich, ich höre es hier schießen? Ich fange nicht daran. Ich vertraue dir nicht. Warum nicht? Weil... Spontimier-Respekt ist. Vor allem, weil ich dich leben lassen habe, weil du mir voll den Rücken zugeteilt, äh, zugedreht hast. Ne, ich wollte nochmal versuchen, irgendwie aufs Bett zu kommen. Ich raffe das aber nicht mehr, wie man da raufkommt. Ich hab das einmal geschafft, ich weiß aber nicht mehr, wie. Hat jemand schon Chris Gold ausgeschaltet? Leute, der Dieter ist tot. Der liegt inmitten vom Raum. Ich habe hier gezielt. Ne. Ich bin weg. Sorry, Ira, kein Problem. Atta, hinter dir nackenleiche, wieso hast du dich identifiziert? Ja, weil ich erst mal reingehe. Okay. Außer im Bauch, auch wenn du das siehst. Weil ich... Ja, ich hab auf dich in dem Moment geachtet, weil ich dachte... Ja, du hast wahrscheinlich geschossen. Okay, hier ist eine Traitor-Falle. Und selbst, das fährt einer um und du sagst sofort, klar, Schieder muss Traitor sein. Leute, ich komm mir nicht mehr runter. Ich komm mir nicht mehr runter, weil hier eine Traitor-Falle ist. Kann ich die abschießen, die Traitor-Falle? Ja. Ah, jetzt hab ich sie. Achso. Cool, hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Hilfe! Ey, Bledding! Du Arsch! Vor allem Atta, was du, dass der mich am Gehür gezogen hat, da oben? Nein, ich war das. Ich hab auf dich geschossen, aber nicht getroffen. Ich hab dich mit der Arbe weggeholt. Die hab ich mir dann auch gekauft, aber dann bist du schon gekehrt. So, liebe Leute, das war eine Runde Dolz mit TTT vermischt in einem sehr weiblichen Raum. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auf jeden Fall ein Däumchen da lassen. Beschreibung könnt ihr auch mal reingucken, da findet ihr links zu allen anderen. Ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß in weiteren TTT-Parts. Haut rein, Leute! Ciao! Tschüss! Ciao, servus! Ciao, servus! Vielen Dank.